Gott! Oh man! Oh man! Fuck, noch laden! Jo, oida! Geleck mich doch am Arsch! Ich freue mich, dass es vorbei ist und was kommt dann? So was? ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay I like that combo Ich sag's ja, könnten sagen, Charlie ist noch nicht vergessen Na jo Und gerne mal neig speichern So So Okay, aber jetzt wissen wir, wie's geht Ja, jetzt wissen wir, wie's geht Weiß ja vielleicht nicht, worum geht der Schlüssel So klein Ich will immer noch so ein Zeug Äh, das werden wir noch mal Und dann schauen wir, wie wir wegkommen Ja, so was haben wir gedacht Und tschüss Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's Ah, da rein. Doch, stopp. Okay, ich muss schnell wieder auftauchen, dann kriege ich meinen Lern wieder zurück. Okay, ich bin jetzt. Ich weiß nicht, ob ich einen Maus hier habe. Ich weiß nicht, ob ich einen Maus hier habe. Ich bin gespannt. Das habe ich noch gehalten, wenn wir sonst rückaufheben. Gerade meine Nasen. Oh Gott, es ist so nervig, wenn die Nasen lügt. Find your way home. Ich weiß es nicht. Ja, es geht auch mit mir aus. Scheiße. Und da gibt es... Ah, nix. Und da gibt es auch nix. Das Geld ist schon offen. Okay. Da ist er. Na komm. Ah, sieh mit dir. Ah, sieh mit dir. Oh Gott! Ah, sieh mit dir. Ah, sieh mit dir. Da ist er mit dir. Da ist das nächste Loch. Wir haben uns hier an dem Typen vorbei. Und dann ist sowieso im Kopf vergessen. Ja, aber so, wenn du das an dem Mondes das gar nicht schoffen kannst. Ja, komm. Jump, 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 jump around there. So, okay. Wo wollen wir hin? Da ist das nächste Loch. Tja, da geht es los, dass wir warten. Okay, so, jetzt sind wir so aufgetaucht. Das heißt, wenn wir da oben gehen, müssen wir so weiterschwimmen. Wir müssen da wieder, ja, wir können da nicht hin. So, dann schauen wir, dass wir die Richtung behalten. Und weiterschwimmen. Oh nö, bin ich wieder zurück? Ja, sicher. Okay. Und ins Loch. Komm. So. Echt jetzt? Okay, wir kriegen immerhin das Leben zurück, solange wir rechtzeitig wieder auftauchen. Mal da! Was ist mit dem Scheißloch da? So. Na ja, versuchten wir uns zurück. Ach, die andere Richtung hätte auch gestimmt. Prost. Ich bin ablädt, die Kupferleitungen rechts, dann passt's. Ich bin ablädt, die Kupferleitungen rechts, dann passt's. Also, wir gehen so früh immer den Leitungen nach. Gut, wir gehen so früh immer den Leitungen nach. Entschuldigung? haha, jawohl, Speicherpunkt, na, das klingt nach Oberfläche es wird heller, schön sonnig, neblig, ein herrlicher Morgen, nach einer verregneten Nacht, Schottgans liegen in den Vorgärten, ein Traum ja, wir sehen hier eine Bilderbuchnachbarschaft gelegentlich wird heute mal ein bisschen geschossen, so zur Entspannung sagen wir einfach mal, wir brauchen keine Taschenlampe mehr bei der Menge an Waffen und Munition, die wir da finden scheiße, ob die gute Munition vorbei hat ein hässliches kleines Misting ja, klar, das letzte Haus in der Straße, in der es keine meine ich glaube, ich werde mal kurz die Schrotpflegte ablegen dann legen wir das auf die 1, die Schottgans auf die 2, sie im G auf die 3 gut Speicherpunkt noch nicht noch mehr Munition das wird so übel wo was das ist okay Okay. Ich mag da noch nicht einigen. Lassen wir da rein. Wann nicht, dass ich wirklich fragen würde, wie wir davon die Tür eintreten, aber eher nicht. So, dann. So, mit den komischen Überblendungen. So, dann. Okay. Endlich nach Hause. Ich hoffe, Mama ist okay. Was? Mom? Mom! Wo bist du? Mom? Mom! Mom! Hm.